Du bist gespannt, die Screenshot-Shots sind sehr vielversprechend. Auch die Videos, die der Joel immer wieder macht. Ich poste immer wieder ins Discord, wenn es da neue gibt. Die schauen auch immer ganz interessant aus. Wo ist mein Messer? Oh, da ist mein Messer. Ah ja, genau, ich habe es auch ausgeraucht. Messer, Messer. Kriege ich natürlich wahrscheinlich gar kein Metall, gell? Was? Das ist Charcoal. Reicht das? Nein, ich brauche noch eines. Elf habe ich, zwölf brauche ich. Ja, ich habe sechs. Okay, ich komme. Aber die ist nicht weiß. Aber die eine Türe, die ich knackt hat, hat mir zumindest ein Level gegeben bei Lockpicking. Und das geht's nicht? Ich weiß. Wie denn die Rest? Das ist mir schon klar. Aber das heißt, wir müssen das öfters machen. Bin hinter dir. So, da drinnen ist das Eisen. Du meinst mit der Alarmanlage? Ja. Im ersten Mal war keine. Ähm, ich stelle mich mal da nach oben und versuche es zum Craften. Oh, verdammt. Das ging daneben. G-Blockpick. Das sollte man auch unbedingt dann da die Favoriten nehmen. Oh nein, das ist nicht so ein Bolivar-Zombie. So geil. Die ist hin? Ja, ne, die. Die wurde ja ordentlich geplant. Ah, die hast du schon? Okay. Das habe ich nicht mitgekriegt, dass du sie auch schon hattest. Wollten wir ihm helfen. Wildschwein. Ja, was soll ich es machen? Ich sage es dir nur. So, jetzt probieren wir es noch einmal. Ach du liebe Kacke. Hat gezählt. Sehr gut. Und ja, du brauchst also diesen Lockpick auch immer. Okay. Jetzt macht das Sinn, dass beide... Ich habe mich immer gewundert, warum... Ähm, was war das jetzt? Warum das... Irgendwas hat gekriegt, oder? Ah. Ich weiß es nicht. So Lockpick. Da brauchst du immer zwölf Metall. Okay, das Set. Du hast länger. Ja. Davon schwindet immer nur ein Teil. Und jede Türe, die geschlossen ist, und jeder Safe, sollte man versuchen, so zu öffnen. Ja. Und das Ding... Metall. Ja, ich weiß. So, was machen wir jetzt? Ähm, Kohle. Kill any animal. Kill any animal. Ja, das ist der Schwein da vorne, oder? Ja, zum Beispiel. Okay, das gehört schon dir. Habe ich jetzt wieder Pfeiler? Nein, ich habe gerade keine Pfeiler. Mach ruhig, ich muss mal aus der Pfeile kraften. Ich habe... Wieso habe ich zwei? Ah, ich habe doppelt gelootet. Pssssss. Äh, ich habe da keinen Bogen, oder bin ich blind? Habe ich den Bogen reingeschmissen? Ähm. Ist jetzt wahrscheinlich... Oh. So, ich mache jetzt wieder mal so. Moment, ich... Ich droppe das da in das Auto rein, das doppelt gelootete. Ähm. Ja, was war denn das jetzt? Kacke. Ich glaube, das war so, oder? Aber Psi, wir könnten auch beide auf das Wildschwein gehen. Hauptsache tot ist. Ja. Ah. Die sind leichter. Das waren jetzt gerade einmal vier Schüsse. So, hast du jetzt Kohle schon gefunden? Ähm, nein. Eine neue Art von Fleisch gibt es übrigens auch, wenn man die zerlegt. Mhm. Und zwar eins, dass du dann erst säubern musst vom Essen quasi. Also du kannst jetzt nicht mehr alles einfach nur kochen. Alter Schwede, der Ruhrl ist in der Wüste. Ja. Baa! Was denn? Ich mag diese Zombies mit den gelben Augen. Ich finde das jetzt irgendwie deutlich angenehmer. Oh. Äh, die Dame mit den grünen Augen ist übrigens genauso wie die Gefängnisinsassen. Okay. Ja, du kennst das ja schon. Die, die zuerst die Zombies killt. Ja, ja. Ah, die, ja, die. Die mit den grünen Augen. Nette Dame. Er kommt zwar mit. Ich will da nicht. Kohle hast du gesagt. Ja, ich bräuchte, glaube ich, drei oder vier Kohle. Ich sehe, glaube ich, die nächste Stadt im Nordwesten. Okay, ich habe mir gedacht, die sind zu selten worden. Ja, ich habe bis jetzt, was soll ich jetzt sagen, ich habe bis jetzt nicht wirklich viele Städte gesehen. Also haben wir einen guten Seed. Ja, anscheinend. Wenn der vergrenzt hätte, ist es noch nicht. Stamina regenerieren. Sie ist tot. Der Whisper Scout braucht einiges an Muni, bis es fertig ist. Also muss man öfters drauf haben. Okay. Es war die schwarze. Schießt du da gerade auf was? Nein. Nein? Will er mir auch noch Fettung verkaufen? Nein, er schießt nicht. Hört sich nur so an. Es gibt Charcoal-Packerl, aber die kann ich, glaube ich, nicht verwenden für die Advanced Forge. Ja, die Quest recuperated, sehr gut. Echt? Was? Die hast du schon? Welche? Nein, die Q25 Thomas mit der Blunderbass. Achso, die. Ich habe die mit dem Batschermesser quasi. Oh. Oh, jetzt muss ich Bottled Water machen. Die Wasserflaschen hast du jetzt alle gefüttert, gell? Ja, super. Okay. Nein, Bottled Water oder Berke Bottled Water? Achso, ja, abkochen muss ich sowieso noch, das ist okay. Also abkochen. Ich nehme an, ich muss nachher schauen, ich bin jetzt gerade auch am Jagen. Das stelle ich mir jetzt so vor, man rennt mit dem Schlachtermesser hinterm Hühnchen her. So schaut es dann aus, ja. So. Ja, der Bolivar hat gute, guten Druckbringungen. Nicht aufs Auto rumknüppeln, da auch. Ich knüpple auch aufs Auto rum. Es hilft mir auch alles, was ich mache. Oh, okay, jetzt habe ich einen Garten hochbekommen. Wahrscheinlich durchfühlt die Quest, die... Ja. Du bist der Farmer. Ja. Cool, bald gibt es frisches Gemüse. Farming Skills. Was muss ich jetzt... Using Pitchfork. Red Meat fehlt mir noch, okay. Du lieferst mir kein rotes Fleisch. Du auch nicht. Das ist... Das ist... So, ähm... Ja. Kräfte Buhl schicken. Ja, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Das habe ich schon längst. Ja. Das habe ich auch schon zerlegt. Ja. Irgendwann vielleicht... Wo war der scheiß Zombie da? Das loopt nun mal. Geh, geh mal einfach da rein ins Haus. Lass mich mal ein bisschen Abstand gewinnen. Hast du schon irgendwelche so Klee-Bowls oder was gesehen? Äh, äh, nein. Was ist anlob? Ich habe natürlich nichts mit. Oh, da kommt... Da gehst rein und kommt gleich ins Ohr mit. Ich sehe was. Ja, das ist normal in der... Au! Das reicht. Also, die Pitch... Die Pitchfork brauche ich. Ja. Ähm, Pitchfork. So. Nummer zwei. Keine Stamina, ihr komischen Zombies. Wartet Sie bitte mal. Grüß Sie. Ich wollte doch nur Kohle haben, Leute. Weiter. Wisst ihr was? Vielleicht komme ich so weiter. Was denn? Was denn? Geht sie? Was ist los? Nein, nichts. Ich zeige dir dann was, was ich gefunden habe. Hi, Jackson. Und hi. Ich habe jetzt was. Und der Legend Player. Das ist Ravenhurst 4.0. Das spielen wir zumindest noch, bis die Alpha 17 rauskommt. Und leider mussten wir zu 4.0 ja neu anfangen. Hi, Sternspringer-Lupa. Das ist unser Haus, oder? Interessantes Haus. Ne, das ist nicht unser Haus. Das hat ja noch Fenster. Das Haus gibt es echt öfters. Das Haus gibt es echt öfters. Ja. Oh, verdammt. Ich liebe es, wenn die... So, Hitchfork. So, warum hast du gestöhnt? So, weil ich schon wieder... Ich muss was trinken gehen. Ja. Ja, ich habe mir noch nichts mitgenommen. Ja, ich habe mir noch nichts mitgenommen. You're resting. Ich schlafe eine Runde. Mach das. So, was essen kann man auch? Gibt es leckere Insekten? Ähm, wie viel bringen die eigentlich? Eins. Also ähnlich wie der Mais oder ähnliches. Ich schaue mir mal ein bisschen Steels an. Was könnten sie sich brauchen? Die schaue ich mir heute Nacht an. Zwölf Punkte. Ich habe eine Cola. Primitive Crafting. Machst du das oder was soll ich das machen? Ähm, mir egal. Sag, magst du machen oder nicht? Ja, mir ist wurscht. Okay, dann mach's. Genau, das reicht nicht. Mechanik, welcher ich reparieren muss. Und geht schon nicht mehr. Was kann da jetzt? Da kam wirklich Holz raus? Okay. Schade. Ist du jetzt daheim oder? Ja, ich bin gerade daheim gerannt. Okay. Aber mir fehlt immer noch die Cola. Ich habe in voll viel weitergekommen. Ja. Ja, kannst du ja tun nichts dafür. Ich such sie auch. Ja, ich brauche das Tier. Ist das deine Klassenquest oder? Äh, nein. Nein, ich hätte es gerne, damit wir was kochen können. Ach so. Dann nimm halt das gar normale. Es hängt ja echt nur mehr an der blöden Kohle. Ja, Ressourcen und Stände klopfen. Ja. Sag einmal den Zombies, dass sie sich dauernd stören sollen dabei. Ach so, du klopfst eh. Nein, ich will. Sag einmal. Komm, bin ich dabei, stehen Team Zomistar. Hup. Danke für den Follow, Helles Playbase. Hm. Du brauchst jetzt ein Tier? Ja. Da war ich schon. Dann gehen wir nach Süden. Wie geht die Alarmalagen wieder los? Ich finde das aber cool mit den Alarmalagen. Ah, wie heißt denn der schnelle Lupen-Skill? Ähm. Scavening? Fast Eddie. Ja, Fast Eddie. Oh, ein Chill. Ah, Level 10? Flare Level 10, das ist aber auch neu, oder? Ich glaube, ja. Twine, du Twine. Ich habe fünf Twine. Apropos. Aber er hat ja immer wieder, also beziehungsweise hat er doch jetzt gesagt, er hatte Skills weniger. Es gibt jetzt weniger Skills. Davon merke ich nicht viel. Ja doch, du siehst doch schon in der Übersicht, dass es weniger sind. Echt? Hm. Okay. Bei mir hat's schon wieder geklopft. Bei dir hat's geklopft? Ja, weißt du, du hast ein Quest-Item gefunden. Ach so. Dieses Boing. Mhm. Aber es ist kein Boing. Es ist ein... Die esse ich jetzt. Nein, 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 nein. Kann man... Hast du schon mal ausprobiert, ob man die... Ähm... Ähm... Irgendwie zubereiten kann, diese Heuschrecken? Ähm... Nein, habe ich noch nicht. Okay. Du bist ja da gekommen. Rezepte gibt's, ja. Insekten... Oh, ja. Also, Insekten sind gar nicht mal schlecht. Jetzt ist es zubereit. Ja, ich weiß noch nicht, was es gibt, aber Insekten kann ich auch mit Metall, ähm... Also, mit Dosen verarbeiten. Okay. Da war ein verbrannter Baum. Da siehst du, wie ich vorbeireine, nur weil ich Steine suche. Hm. Äh, ja klar. Ich bin wahrscheinlich auch schon verbraucht. Gehofft nicht. Ah ja. Ja, das wäre viel einfacher zum Kohle abbauen. Wenn's da Kohle rausgibt. Warten wir mal aufs Stamina. Ah, ich habe auch eine Kohle habe ich. Sehe ich gerade. Sehr gut. Weiß aber nicht, wo ich die aufgesammelt habe. Macht ja nichts. So oft braucht man Kohle nicht. Ich habe sie... Ja, das war für Quests. Das heißt, ich habe die Quest wahrscheinlich schon. Schauen wir mal. Quests. Naja, als Cook schätze ich halt immer, dass du das Campfire machen sollst. Advanced Campfire. Genau. Craft und Place. Hast du jetzt schon das Kill-Animal? Nicht fertig, nein. Mir fehlen noch das Red Meat. Jetzt habe ich den Cooking Pot nicht mit. Okay, also sobald ich daheim bin, kann ich das Campfire bauen. Ähm, Scrap. Ah, das brauche ich nicht. So, Plumpet. Der PC braucht irgendwann mal einen Bigger-Big-Pack-Mod oder wird einfach Messi. Ein Bigger-Bigger-Bigger. Ja, das sagt der Siri. Hm. Ja. Brauchen wir noch eine Tasche? Ähm, nein, ich glaube, wir haben genug. Oh, ich habe es noch genug. Ja, ja, klar. Aber jetzt hätte ich gerne irgendwo ein Tier. Ein Tier. Ich habe ein Tier. Mach's fertig. Ja, das läuft mir gerade weg. Ich habe ein zweites Tier. Sehr gut. Du hast einen Plunderpass. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich den hingehen habe. Was? Also. Ah, ich höre es, ich höre es. Ich habe den. So. Wie jetzt seinen Plunderpass verlegt, die Schlagzeile. Erlegt. Sehr gut. Einetmanst Campfire. So. Soll ich das Campfire unten stehen oder auch im ersten Stock? Moment, ich habe da ein kleines Platzproblem. Echt? So, was kann ich? Oder da... Nein, 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 du nicht. Du Sackgesicht. Wobei, da haben wir eventuell Sachen, die uns angreifen, also eher da her. Ah, jetzt schieße ich daneben. Verdammt. Ach, wechseln. So. Wir könnten aber auch hier leer machen. Nein, das kostet 6000 Leben. Vergiss es. Ich schaufel irgendwie die Zombies weg. Weiß nicht. Du schaufelst die Zombies weg? Ja, das ist die Schaufelbewebung mit dieser Kack. Weißt du? PC hat das rote Fleisch erlegt. Okay. Ja, habe ich. Weiß noch nicht, was ich jetzt wegschmeißen soll. Ah, Farbe brauchen wir keine. Jetzt kommt das wieder zurück. Hat er gerade gesagt, wir brauchen keine Farbe? Nein, brauchen wir nicht. Du hast jetzt eh Kohle. Ja, und? So. Also, ja. Was ist jetzt das Tier? Das wird wahrscheinlich jetzt schon weg sein, ne? Da ist eine Ente. So, Kämpfeu ist fertig. Da ist eine Ente. Ich weiß. Die Ente ist schneller als ein Hirsch. Äh, okay. PC, geht's dir noch gut? Nein, da schau. Da schau, du bist gut. Ente. Wie gesagt, PC, es wird alles wieder gut. Raw, white meat. Das ist, das ist raw, white meat. Bleibt er stehen. Ach, das bringt nichts. So. Außerdem habe ich keinen Platz. Das ist jetzt. Das scrapp ich. Nein, 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 nein. Bist du bald? Au, au. Oh. Das ist unser Original, PC. Das ist so ein, wie die Frau, mit grünen Augen. Aber nur ist ein Mann. Okay. Ich brauche den Appliance-Table. Nennt sich Whisperer-Mail. Okay. Das ist einer von den neuen Tischen, die ich brauche. Sie haben nämlich die Mikrowelle und die ganzen Küchenmaschinen in einen neuen Tisch reingegeben. So, was soll ich jetzt noch Platz? Ja. Ich nehme ein bisschen Jucca mit. Daraus kann er Samen machen. Quest erledigt. Sehr gut. Das können wir mal bauen, aber dafür müssen wir zuerst mal am besten das scrappen. Und, und, und. Wo ist es? Obst, wir tun gehen. Hammer doch, PC. Hammer doch. Nee, die hier. Ja, ja, ich höre dich weg. Nein, da kommt schon wieder so eine Whisperung. Alter. Wie viel Haltbarkeit hast du noch? Ah, die, okay, die Whisperung, den lenkst ich auch mit dem Zombies an, okay. Gut, dann schreit dich von dannen. Du schreitest von dannen, ist okay. Also es gibt gleich gekochte Eier. Oh Gott. Also Spieleier. Ist das schon unser Haus da? Vielleicht sollte ich jetzt doch nicht daher zum Haus. Warum habe ich schon wieder... Warum hast du was? Warum ist jetzt mein... Weil ich nicht well rested bin, oder warum verliere ich ständig Leben? Ah! Das sieht jetzt falsch aus. Oh Gott, ich bin jetzt falsch ausgegangen. Jetzt habe ich glaube, du kommst mir entgegen, aber ich war so ein Zombie. PC, bin ich dir ja schon jemals entgegengekommen und habe mich gefreut, dass du da bist? Nein, der Effekt ist eigentlich der gleiche. Du kommst mir entgegen und haust mich. Also, so wie der Zombie. Der Norbert vermutet, zu wenig Essen oder Wasser. Ja, Essen ist 13 Prozent. Also. Sag einmal, wie lange dauert denn das, bis well rested? Ah, jetzt, okay. Das Einzige, was well rested ist, ist weg. Was sagt denn jetzt die Quest? Moment, Quest. Da habe ich jetzt das Cooking 2. Jetzt bräuchte ich Scrap Plastic. Nails. Den Rest habe ich. Haben wir Plastik. Das ist aber kein... Nein. So, dann habe ich jetzt... Oh. Nein. Nein. Das ist zu wenig. Na gut, dann mache ich es mit da. Lebt er immer. Neun Nägel und... Plastik. Okay, da gehen wir das rein. Das ist klar, da hinten. Es sind auf jeden Fall gefühlt noch einmal 300 Items dazugekommen, die wir permanent irgendwo im Weg legen. So, die ist einmal... Achso, nein, die ist noch nicht. Aus was macht man eigentlich wein, haben wir gesagt? Aus... Achso, aus Plant Fibers und Clothes, okay. Gras und irgendwas. Ja, aus Cloth Fragments. Ist nicht teuer. Ach, verdammt. Da muss ich... Jetzt. Ähm... Gut. Woraus könnte man Plastik kriegen? Plastik habe ich. Wie viel? Ich würde sagen, als Gummireifen, ne? Also... Ach, stimmt ja. Die kann man jetzt auch abbauen. Also, rubber oder Plastik? Plastik. Also, Scrap Plastik. Okay. So. Ich stelle uns mal Tello her für die Fackeln, die keine Hitze machen. Wir vertragten die Sorge. Und das wird lustig mit der Pitchfork. Was? Kriegst du das nicht down, oder was? Okay. Ach, wird schon noch PC. Du kriegst das hin. Wir sind da voll neugierig. Okay, einer ist weg. Zum Glück zählen die Hives auch als Kill. So, ich gehe mal ein oder zwei Bäumchen besorgen. Und eventuell finde ich ja irgendwo Plastik. Okay, wir sagen. Ist das jetzt ein richtiger, oder? Lass du unser Häuschen in Ruhe, du Kleiner. Und du auch. Äh, ja. Ja, super. Was bist du? Äh, eine Infektion habe ich. Was brauchst du? Ähm, äh, Ruhe. Was? Naja. Also mit Ruhe kann man nicht dienen. Das geht nicht. Ja, ja. Du spielst, du spielst 7D ist total, vergiss es, da gibt's keine Ruhe. Naja, 7D ist normal, jetzt kommt der Grabe, dieser Kuck da, du. Lass mich doch in Ruhe, sonst wirst du geballern, da passt. PC, der Agro... Agro-PC. So, da kommen wir. Da kommen wir. Ja, den gibt's nicht mehr. Hoch. Herzlichen Dank, Don Procshop. Führt einen Subscribe. So, was war das jetzt? Weit mit, weit mit. So. Habe ich's jetzt, ja. Animal Hide brauche ich jetzt noch. Ähm, ich hätte noch 10, wenn du brauchst. So, wenn du mal schau mal kurz in den Kreis. So, ähm, was macht man mit der Mine Affection? Ein Honigbräustich. Könnte man eventuell haben, bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ich bilde mir aber ein, irgendwo einen Honig gesehen zu haben. Moment, das verstehe ich nicht. Close Inspection, ich habe doch 10 Kilos. Moment, Minor Infection. Close Inspection reveals a Minor Infection. Das heißt, ich kann jetzt, ich kann jetzt noch gar nichts machen. Das ist ja alles ausgegraut, obwohl ich's hab. Mhm. Sehe ich das jetzt richtig? Gute Nacht, Playbase. Ruhe, Pinn oder Sterben, sagt der Nachtschatten. Bitte was? Ruhe, Pillen oder Sterben. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Spezi für Pizzi, ja. Huch. Ruhe. Achso, du meinst ausrasten beim Bett, oder was? Ich weiß es nicht. Er hat da geschrieben. Rüber. Ja, wenn's Pillen wären, dann wären's ja nicht ausgegraut. Norbert sagt, versuch dich auf ein Bett zu stellen. Ja, versuch ich. Komm, fall hin. Nachtschatten sagt nix. Er will dich nicht spoilern. Sensenfrau. Hi. Viel Essen, trinken braucht man. Hm. Ich mag dieses Schlachter-Messer. So. Oh. Was bist denn du für einer? Grüne Augen. Grüne Augen finde ich gar nicht nett. So, jetzt... Mmhm. You're resting. Schauen wir noch mal nach. Könnte ich dir auch mal treffen. Ah, so geht's. Okay, noch weiter nach unten schauen. Die Hitboxen sind teilweise ziemlich doof. Ja. Na, komm her, Kleiner. So. Well rested. Das bin ich einmal. Du kannst auch noch versuchen, baden zu gehen. Du weißt ja, wo wir unseren... Ja, nein. Was? Das ist nicht. Ja, ich habe mir gedacht, das ist jetzt weg, aber... Das wäre jetzt einfach, dass ein anderer Paff hier weggekommen ist. Okay. So, das Wasser, das schmutzig habe ich dir reingegangen. Du hast gesagt, du brauchst das. Der Chris sagt, er hat auch so ein Küchenhackbeil, aber ist noch nie auf die Idee gekommen, damit spazieren zu gehen. Was ist das? Ja, Chris, bitte lass es. Da gibt's so Leute, die könnten dir das Übel nehmen. Polizei und so. Okay. So, das stelle ich dir da noch auf, damit es eine Abwechslung hat. Was? Noch nichts. Äh, du kannst in die Kiste neben ein Feuer schauen. Da sollten die Eier drinnen sein. Schade. So. Ist mit einem Armschutz aber auch nicht besser aus. Was ist denn das Kampffeier, äh, das Kämpfeier eigentlich? Im ersten Stock. Ah, da sehe ich es gerade, ja. Ach, das war wieder so eine Wispertante. Die gibt's auch in richtig groß, zweihändig zum Schweine zu teilen. Ja. Hi, Sebi. Danu, warst du mal Metzgerin? Nein. Einmal halt. Ich brauche einmal halt. Wanderhorde. Ja, schön. Ich bring sie mal weg, ja? Alter, jetzt... Zwei Animal Heights brauche ich noch. Mal wieder typisch. Was mache ich mit denen? Ein paar konnte ich auch beladen. Ach Gott. Wo hast du gesagt, ist... Achso, in der Kiste, oder was? In der Kiste neben dem Feuer. Ich habe auch gesagt, geh auf die Seite. Da schmeiße ich doch gleich die Eier wieder rein. Ja. Achso, das Fett. 89 kommt noch. Okay. Der hat sogar irgendein Zombie getroffen. Ist auch wieder etwas drin. Ich gewöhn mich nicht dran, dass die Uhrzeit jetzt links steht. Ich such dauernd wie spät sie ist. Ist sowas in Regen jetzt schon immer so gewesen, oder? Nein, es war in der Meta-Bild, oder? Ja. Ja, ist ja geil. Nein, nein, Opon. Wie schmeckt das jetzt da rein? Ich glaube, bei der Gegner-Warte war die höchste Zeit für einen Waffenwechsel. Ja. Ähm. Stimmt. Aber jetzt haben wir es schön verteilt und Peti hat seine Ruhe gehabt. Der hat gar nicht mitgekriegt von der Horde. Da hast du ein Messer. Ah, äh, Eisen. Wo werden das jetzt halt? Das ist jetzt weggeschmissen, mein. Pick. Lockpick, nein. Gut, wie ist er mal hin? Wurzelt, warte mal drin. Das ist gar nicht wahr, Bismarck, wir teilen uns das ganz schön auf. Was denn? Er meint, er lässt mich alleine arbeiten. Es ist, äh... Ah, ja. Und dann hat er die anderen Folgen gesehen. Dann musst du 99 Folgen anschauen. 99, wenn du eben hörst, Folgen haben wir schon. Aber mir gefällt das jetzt halt mit dem Knife recht gut. Das ist wunderbar. Und du hast so über dieses Knife, über das Messer geschimpft. Ja, ich hatte das Spiel zuerst im Solo aufgemacht und 80% der Treffer gingen ins Leere. Hi, Nürhal. Hi. Und es ist schon merkwürdig, wenn das, äh... Egal, du stehst vor vier, so Zombies, so wie hier, haust drauf und es wird kein einziger Treffer gewertet. Hm. Am Server ging's ja dann, Gott sei Dank, aber im Solo könnte ich das nicht spielen. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Animal, halt mal hier. Also ich muss drei... Hast du auch drei zum Töten gehabt? Animal? Ja. Ja, ich hab zwei von drei. Okay. Ich hab jetzt erst mitbekommen. Jetzt mich dort wieder. Es werden irgendwie immer mehr. Du hupfst im Swimmingpool. Ja. Nein, das weiß ich je, aber wo der Swimmingpool war, das hab ich nicht mehr gewusst. Ach so. Das ist auf jeden Fall eine Mod, bei der es Vorteile hat, wenn man einen Pool zu Hause hat. Finde ich gut. Diese Mod unterstützt Poolbau. In seven days to die. Ja, aber du kannst das Wasser nicht transportieren, der Mod. Ähm, ähm, gar nicht? Nein. Weiß wir uns nicht. Oder schön, es wurde wieder geändert. Okay. Gute Nacht, Zibi. Na auch. Das ist doch keine Urschrei-Therapie. Peti war doch voll ruhig heute. Bisher. Ähm. Es könnte sein, dass ich vielleicht den jeden... Ja, da ist die... Nein, das darf ich nicht mehr. Hup. Ähm. Ähm. In meiner Badewanne bin ich ja wieder. Äh. Gott. So. Mit Spannung geht das auch? Peti hätte mehr mit seinem Inventar zu kämpfen, als mit den Zombies. Ja. Aber die meisten Zombies lassen ja eh nichts fallen, weil sie die gelben Augen haben. Mal schauen. Wobei doch, der hat was. Oh, Muni. Der hat auch was. Die haben gar keine gelben Augen, gell? Hm. Die haben alle Loot. Ja, ich hab vorher auch geglaubt, das ist ein Hive-Zombie, aber du weißt keiner. Ach genau, Hive heißt das ja. Ja.